Die Einkommensanrechnung an die Witwenrente soll abgeschafft werden. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24d. Meine Damen und Herren, ich habe eine Mail bekommen. Und zwar diesmal nicht von der großen, breiten Masse der Bevölkerung, sondern von einem Mitarbeiter der Deutschen Rentenversicherung. Ich muss und werde den Inhalt der Mail natürlich etwas anonymisieren, aber inhaltlich wollte ich Ihnen Folgendes mitteilen. Dieser Kollege von der Rentenversicherung arbeitet im Bereich der Einkommensanrechnung Witwenrente oder im Bereich Witwenrente und erlebt da jeden Tag so seine persönlichen Dinge. Unter anderem auch viele Anrufe von erbosten Witwen, die sagen, es macht doch gar keinen Sinn für mich hier weiterzuarbeiten, wenn mir mein ganzes Einkommen auf die Witwenrente angerechnet wird, dann habe ich doch gar nichts von der Witwenrente. Das war doch auch gar nicht im Sinne meines Mannes, der wollte, dass ich versorgt bin. Wenn mein Mann noch leben würde, dann würde ja mein Einkommen auch nicht an das Einkommen meines Mannes angerechnet werden und auch nicht umgekehrt. Also was soll das eigentlich? Bei der Waisenrente haben Sie ja auch die Einkommensanrechnung abgeschafft und viele andere Dinge, die sich dieser Mitarbeiter der Rentenversicherung anhören darf zum Thema Einkommensanrechnung. Und der hat mir so ein bisschen davon berichtet, wie das da so abläuft und dass er sich die Frage stellt, ob das überhaupt aus kostenrechtlicher Sicht überhaupt Sinn macht. Eine Kosten-Nutzen-Rechnung müsste man mal machen. Die vielen Mitarbeiter in der Rentenversicherung, die durch die hinterbliebenen Rente, durch die Einkommensanrechnung gebunden werden, deren Kosten einfach mal dagegenstellen zu den Auszahlungen bei der Witwenrente. Meine Damen und Herren, ich finde das sehr interessant. Ich finde auch, dass man das prüfen muss, ob das überhaupt Sinn macht. Und ich gehe sogar noch weiter, meine Damen und Herren. Ich zeige Ihnen das auch mal in meinem Beitrag, den ich dazu auf Rentenbescheid24d veröffentlicht habe. Ich habe ja klipp und klar gesagt, dass ich die Einkommensanrechnung abschaffen würde. Ich habe das auch gefordert und habe gesagt, Leute, hört mit diesem Unfug auf, denn die Einkommensanrechnung, ich habe es hier oben mal Ihnen dargelegt, ist erwerbsfeindlich. Sie ist zu bürokratisch und unnötig belastend. Und warum erwerbsfeindlich? Ganz einfach, viele Witwen oder auch Witwer sagen sich schlicht und ergreifend, warum soll ich denn eigentlich noch mehr arbeiten als über den Betrag, der mir dann, der anrechnungsfrei ist, dann gehe ich doch nur 992 Euro Freibetrag netto arbeiten und das war es und habe dann auch noch was von meiner Witwenrente und kann mir mein Leben auch so gestalten. Das wollen die aber gar nicht. Die wollen doch weiterarbeiten. Die wollen sich einbringen in das Leben und auf dem Arbeitsmarkt und wollen natürlich auch ein bisschen was von der Kohle haben und dass denen das nicht weggenommen wird. Und wenn das wirklich so ist, wie der Mitarbeiter mir das mitteilt, dass eben die Leute dann sagen, naja, dann gehe ich aus dem Job raus oder ich reduziere meine Stunden, dann wird das den Arbeitgebern heutzutage auch nicht mehr freuen. Dann wird er sagen, na, das ist aber doof, da verliere ich ja eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter, nur weil dem praktisch das Einkommen an die Witwenrente oder Witwerrente angerechnet wird. Was ist denn das für ein Irrsinn? In Zeiten der Altersdemografie oder der Demografie und des Arbeitskräftemangels darf man doch sowas überhaupt nicht zulassen. Die Einkommensanrechnung, meine Damen und Herren, ist viel zu bürokratisch. Das kann ich Ihnen wirklich sagen. Ich kenne die gesetzlichen Vorschriften dazu. Und zwar vom Feinsten sozusagen oder ich kann auch nur sagen vom Übelsten, die Paragraphen 18a bis D bis E Sozialgesetzbuch Nummer 4, die für die Einkommensanrechnung bei den hinterbliebenen Renten über die Verweisungsnorm des Paragraph 97 SGB VI zuständig sind. Wenn Sie sich diese Vorschriften, den Paragraphen 18a bis E mal durchlesen, dann werden Sie mir Recht geben und sagen, was steht da eigentlich drin? Ich habe das gar nicht verstanden, was die eigentlich von mir wollen. Das ist doch viel zu kompliziert. Das macht doch gar keinen Sinn. Dann eine Riesenbürokratie. Es müssen Anträge ausgefüllt werden für eine hinterbliebenen Rente. Das ist noch nachvollziehbar. Aber dann müssen Sie entsprechende Einkommensnachweise erbringen. Das Finanzamt wird mit einbezogen. Die Sozialbehörden werden mit einbezogen. Wenn Sie also Krankengeld oder Arbeitslosengeld bezogen haben und eventuell auch der Arbeitgeber, der muss da auch was ausfüllen. Und wenn Sie eine Witwenrente kriegen und nebenbei noch arbeiten, dann muss jedes Jahr der Arbeitgeber ran. Ja, also im Grunde genommen alles ein bürokratischer Aufwand für ein paar hundert Euro Witwen- oder Witwerrenten, deren Zahlbeträge ja im Schnitt auch nicht besonders hoch sind. Macht das wirklich Sinn, einen solchen Aufwand zu betreiben? Also ich fordere hier auch eine völlige Entbürokratisierung, Entschlackung dieser ganzen gesetzlichen Vorschriften und Einführung eines generellen Freibetrages in der Einkommensanrechnung. Und zwar nur noch ein Freibetrag. Meinetwegen 2.000 Euro Nettoeinkommen ist anrechnungsfrei generell, wo ich sage, schlicht und ergreifend, dann brauchen wir auch diesen Kinderfreibetrag dann nicht mehr. Und § 18a bis e muss schlicht und ergreifend erschlagt werden. Wir brauchen nur noch einen Einkommensbegriff. Wir müssen uns da nicht noch mitunterhalten zwischen der Unterscheidung Erwerbseinkommen und Erwerbsersatzeinkommen und anderen Vermögenseinkünften vielleicht noch. Dann haben wir das Problem mit § 114 SGB IV, die Anwendung von Altrecht bei der Einkommensanrechnung. Das sind alles Dinge, die dann eigentlich wegfallen können. Und wenn man sich nicht seitens der Politik, und ich lade Sie recht herzlich ein, liebe Politik, schauen Sie sich bitte dieses Video an und machen Sie selber Ihren Reim drauf. Reden Sie vielleicht mal mit Frau Gundula-Rosbach von der Deutschen Rentenversicherung. Das ist die Präsidentin. Vielleicht kann die Ihnen ja auch noch was dazu sagen. Wenn Sie sich nicht dazu durchringen sollten, dass Sie die Einkommensanrechnung generell wegfallen lassen, wie zum Beispiel auch bei der Waisenrente, da ist völlig klar, Einkommen an die Waisenrente wird überhaupt nicht mehr angerechnet. Nur bei der hinterbliebenen Rente, bei der Witwenrente machen wir es schon noch. Das ist eigentlich auch nicht verständlich. Aber sei es drum, wenn man sich nicht dazu durchringen kann, die Einkommensanrechnung abzuschaffen generell, dann schlage ich aber Folgendes vor. Machen wir doch wenigstens drei Jahre ein Anrechnungsmoratorium, so ähnlich wie beim Sterbequartalsgeld. Das heißt also, wir haben ja jetzt drei Monate einkommensanrechnungsfrei. Das heißt, volle Witwenrente ohne Einkommensanrechnung des eigenen Einkommens, da wird nichts angerechnet. Da wird keine Mieteinnahmen angerechnet, da werden keine Arbeitseinkünfte angerechnet, nichts, die ersten drei Monate. So, dehnen wir doch einfach diesen Zeitraum vom Beginn der Witwenrente oder Witwerrente drei Jahre oder meinetwegen fünf Jahre und danach den erhöhten Freibetrag 2000 Euro, der bitte aber auch dann noch dynamisiert wird und zwar angepasst immer an die Bezugsgröße, an die Veränderung der Bezugsgröße. Das halte ich für absolut zielführend. Das ist dann viel besser, als wenn man immer darauf wartet, dass dieser Freibetrag mit der jeweiligen Rentenerhöhung sich erhöht. Das muss nicht sein, meine Damen und Herren. Also, wenn man sich das alles so anschaut, dann ist für mich völlig klar, dass die Einkommensanrechnung komplett neu überarbeitet werden muss bei der Witwen- oder Witwerrente. Das ist aus meiner Sicht dringend notwendig, um hier eine Flexibilisierung im Arbeitsleben zu erreichen, damit Arbeitskräfte im Job gehalten werden können, damit Witwen oder Witwer eine gewisse Zeit lang sich überhaupt nicht um dieses Problem kümmern müssen, wäre es notwendig, dass wir hier ein entsprechendes Einkommensanrechnungsmoratorium einführen. Meinetwegen fünf Jahre frei oder drei Jahre frei, danach dann eben bis zu einem bestimmten Nettoeinkommen komplett frei und alles, was drüber liegt, wird dann meinetwegen zu 40 Prozent angerechnet, so wie es jetzt auch ist, aber dann eben nicht so, dass es erwerbsfeindlich ausgestaltet wird. Derzeit ist die Einkommensanrechnung an die Witwen- oder Witwerrente erwerbsfeindlich. Das heißt also, wir verlieren über die Einkommensanrechnung einfach zu viele Menschen, die hier arbeiten gehen wollen würden oder noch weiter arbeiten gehen würden. Ja, also meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein zum Thema Einkommensanrechnung an die Witwenrente, warum ich sage, dass die abgeschafft werden muss und wenn das nicht reicht oder wenn man dieser Forderung nicht folgen möchte, dann eben ein entsprechendes Moratorium plus Erhöhung des Freibetrages auf wenigstens 2000 Euro Nettoeinkommen. Das soll es gewesen sein zu diesem Thema. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute, eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.